Na ja, gut, macht schon Sinn irgendwie. Ich bin im Gebäude. Explore, ja, erkunden. Erkunden wir das doch mal. Gibt's hier noch was? Nein. Oh, 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 das Ende rückt immer näher. Und wenn ich roll, lagts. Oh, cool. Was ist das hier nur für ne komische Scheiße? Das kann jedenfalls noch dauern und ich frage mich ja, ob ich es jetzt noch bis zum Ende schaffe. Ja, ich glaube nicht ganz, also ich mache noch ein bisschen, aber bis zum Ende mache ich jetzt noch nicht mehr. Das heißt... Das kann doch noch... Ich weiß nicht, drei, vier Folgen dauern und dann dürften wir beim Ende sein. Mal schauen, was jetzt noch kommt. So, das kommt also. Scheiß ist kaputt und jetzt darf ich hier drehen oder was? Und drehen. Warum höre ich den Scheiß Körnel immer? Die habe ich nicht umgebracht. Das kannst du mir jetzt aber nicht vorwerfen, was steht hier. Äh, keine Ahnung, irgendwas ein Monitor, aber das wird sicherlich versorgen. Oh, ich darf mal wieder hacken. Okay. Runter. Runter hoch. Runter rechts links. Runter rechts rechts. Richtig. Runter rechts rechts. So eine Art... Ich wollte schon Sucher-Bot sagen, aber nein. Einen Augenblick mal. Ist das nicht der komische Raum, wo damals der Körnel mit uns gesprochen hat, von da aus? Ja komm, das ist der hundertprozentig. Sehr schön. Jetzt haben wir den also auch gefunden. Es fügt sich langsam alles zusammen. Was ist das? Gewitter. Regen. Äh. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ist irgendwie alles zerfallen. Hm, Carolinas Letter. I'm sorry, Albert. Ja, es tut mir leid, Albert. I hope you are alive. I really do. Ich hoffe, du bist am Leben. Ich hoffe es wirklich. Oder ich tue es wirklich. Oder das mache ich wirklich. Ja. Ähm. But I couldn't wait any longer. Aber ich konnte nicht länger warten. Ähm. Staying here meant certain death. Hier zu bleiben bedeutet irgendwann den Tod. They would find me sooner or later. Die würden mich früher oder später finden. If you are reading this, wenn du das liest, please try to understand. Versuch's bitte zu verstehen. We will meet in the fist. If it exists. Ja. Das reimt sich wieder irgendwie. Wir werden uns im... Ja, Faust treffen. Oder besser gesagt im Fist. Weil es ja wieder ein Eigenname. Ist ja auch deshalb auch die Anführungszeichen wieder. Ähm. Falls er existiert natürlich nur. Ähm. See you soon, my love. Bis dann, meine liebe Carolina. Okay, die war also auch hier. Drück. Pressure Oxi... Pressure... Äh. Ganz ruhig. Pressure Oxygen. Hm. Ist eigentlich überhaupt nicht so schwierig zu lesen. Und... What the fuck ist das? Light... Temperature... Oh. 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 Oh mein Gott. Ah. Das ist ein Zahn. Unzahn. Ein Zahn! Ja. Ja... iov. Junge, lass mich doch mal auch was sagen. Ja, holy shit. Ach, die Musik untermalt das Ganze noch so'n bisschen. Find a way out. Alter, das ist doch krank. Ich mein, hallo, da haben die die ganze Stadt nachgebaut hier. Und das soll also Fist sein, oder was? Und hier lässt sich einfach alles schön steuern. Machen wir das Licht wieder aus. Hier könnten wir, ja, einen Sauerstoff überprüfen. Was ist das? Einen Augenblick mal. Lassen wir's mal blitzen. Jetzt regnet's hier drinnen. Und was ist das? Hey, was ist das denn? Ist das Gebäude sprengen, oder was? Juch, Jacks nicht. Machen wir das Licht nochmal an. Uhu, ne nette kleine Spielerei. Okay, das geht nicht mehr. Komm, jetzt lassen wir's nochmal blitzen. Mein strahlender Himmel und es blitzt. Ist das nicht überhaupt möglich? Also ich würd mal sagen, nee, aber... Gut, hier ist Aufzeichnungen, Kameras und Scheiß. Brauch ich nicht. Ich verdrück mich wieder. So. Was ist das? Nichts. Kann es sein, dass... Ja, die Kameras zeigen großen und ganzen immer dasselbe an. Nein, ich will doch... Ich muss da laden. So ein Betrug wieder, ich wollt das gar nicht. Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was war sie zu denken? Wir wissen nicht, was uns auf der Ebene befindet. Chancen der Überlebnis wäre schwer, sogar wenn wir zusammenbleiben. Gott, Karolina. Du hast es selbst gebracht. Lies. Jeder ist lieb. Alles ist lieb. Ich schaue direkt auf die größte von ihnen alle. Eine falsche Stadt. Aber das Leben in ihnen war real. Die Todes war real. Was für? Eine Simulation von einem post-apokalyptischen Umgebung? Es sieht mehr wie eine Militär-Testung-Gruppe, als ein sociologisches Experiment. Vielleicht ist das wo die Soldaten trainierten. Bevor sie für die Rückmeldung der Erde, als der Körner entscheidet. Warum nicht wir über dieses Projekt wissen? Warum? Ich will manchmal... ... manchmal... ... manchmal... ... okay, die haben dort einfach mal in der... ... unten in Untertitel haben die einfach mal einen Satz weggelassen. Worum auch immer. Da ist es wirklich schwer. An was soll man hier bitte schön noch glauben? Oder was kann man glauben? Ist alles ne Lüge? Der hat schon richtig ausgedrückt. Grammophon... Nö. Nackt. Och ihr seid auch noch da! ich dachte euch sehe ich nie wieder doch habe ich vermisst durch hässlichen mutanten skelett köpfe doch was auch immer ja das ende ist na es rückt näher und immer näher das einzige was die mir jetzt noch einen weg stellen wollen solche hässlichen spaßten ok ein einkaufswagen ein feuer das sind aber keine penner so ein penner feuer was war das denn ein bisschen dunkel hier ja das tue ich munition nein aber nicht in das licht kann er auch noch nicht stirb weg auch nicht so intelligent der junge ich hatte auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet oh fatality battery ja das kann durchaus sein und ach so ist okay nicht okay ich soll also den raum durchqueren das batterie doesn't fit das batterie doesn't fit container das bringt was hier passt die batterie sind denn hier für gegner wieder man hört irgendwas stöhnen aber man sieht nichts trollo lol ja jungs das passiert manchmal muss man einfach naja manchmal muss man sich einfach abdrücken lassen von der großartigkeit die von manchen sachen ausgeht das ist auch wieder so ein moment aber was soll's mein lebend ist man hier jetzt auch nicht unbedingt besser dran als tot und perfekt szene die ich skippen könnte will ich aber gar nicht zwar hing es gerade wieder sowas von unnötig aber oh da kommt ja doch noch einer ich zeig dir auch großartigkeit die geht nämlich von meiner axt aus es gibt noch vor Ort weil worm geholfen d der jungen hält aber ganz viel aus das ist ja nett was los okay so hat er sich in den zaun gebackt sozusagen oder geglitscht er kann ich mit leben was ist hier außer mal hier liegen wieder inner rein und das sieht aus wie ein magen oder so was kann das sein oder ist das ein lungenflügel oder eine leber ich weiß nicht das jedenfalls darm vermutlich es scheint so als ob man hier die leute gefüttert hätte oder als ob die irgendwen da gefressen hätten das klingt erscheint mir logischer denn ich glaube man war ja ich bin durch ich glaube man war nämlich nicht darauf bedacht die hässlichen mutanten hier irgendwie zu versorgen man wollte sie ja loswerden und elevator nein was ich bin dann kloppt weg ich will kein rohr auch nö es war ein fehler oder so führen mit dem ich ein leck was richtige first try man bin ich gut die frage war was wäre passiert wenn ich das falsche genommen hätte oder gab es da überhaupt nicht richtig oder falsch oder haben alle im grunde haben naja alle wege führen nach rom was da vielleicht auch so und was ist hier was war das jetzt gerade checkpoint city of light kapitel 24 ja das mit den kapiteln ist ja auch irgendwie komisch gemacht das sind nur solche teil sind ohne turbine sind nur wie solche teil kapitel die gehören zu einem kapitel aber die sind immer in teile unterteilt also alle mit einem gleichen namen sind im grunde kapitel das heißt city of light ist ein einzelnes kapitel was aber wieder ein kapitel unterteilt ist ich verstehe das nicht ganz aber gut und hey ich will die knarre alter jedenfalls scheint es als ob hier ein flugzeug abgestürzt wäre und so sieht es wirklich aus wie wie und wie ist die da hat allerdings recht eigentlich müsste radioaktivität nur luft sein Wollt ihr mich verarschen? Hä, was ist das denn? Geister? Okay, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Die schwächen mich noch ein gar nichts. Okay, das checke ich jetzt. Ich bin total perplex. Ich check das jetzt irgendwie gar nicht mehr. Es ist ein Miracke, dass ich noch in einem Stück. Also es ist ein Nukleersommer. Tomaszewski ist wahrscheinlich in seinem Grab. Ja, der dreht sich mit Sicherheit in seinem Grab um. Aber ich verstehe es immer noch nicht. Kann ich euch töten überhaupt? Oder was seid denn ihr? Aus welcher Welt kommt ihr? Und was ist das? Warte mal, ist das vielleicht sowas wie... What the fuck? Was war das denn? Ist das vielleicht doch sowas... Ne, geht ja nicht. Das ist was anderes. Gut, gut. Meine Vermutung war falsch. Okay, Cutscene. Uh... Was ist das denn? Ist das mit Sicherheit ein Boss? Wollt ihr mich verarschen, ne?